Oh nein, jetzt kommen wir doch dann zu den, zu den anderen. Oh man, das läuft doch, das wird doch jetzt nicht gut laufen. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ja, wir lufen doch jetzt nicht da hin, oder? Okay. Ich glaub nicht, dass das so clever ist. ja das ist für uns jetzt okay aber ich weiß nicht also wir laufen ja dahin wo wir gehen jetzt natürlich noch schön schön stuff aber ich weiß nicht ob das so clever ist dass wir zeichen also ich finde das macht jetzt keinen sinn ich würde jetzt gucken dass ich irgendwie ein boot kriege und sage auch wiedersehen doch das macht mehr sinn also so umlaufen mal nachladen die los rein schnell das ist doch das wird doch das geht doch nicht gut hier gibt es noch ein bisschen munition also die wollen jetzt irgendwie was säubern habe ich und 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 wir versuchen wir versuchen jetzt hier hier drunter zu also irgendwie zu entkommen das sind so viele leute zurück können wir nicht helfen ich weiß ich glaube nicht dass das also oh man oh man das sieht nicht gut aus meine ist das ist nicht gut dann ist nicht gut ich sag's wie es ist vor allen Dingen das ganze geplätschert okay cool cool also umgehen bin ich immer ein freund von den fein so ein bisschen aus dem weg zu gehen finde ich gut finde ich gut aber aber hallo aber ich weiß nicht ob das ob wir das final auch wirklich schaffen ne also weiter ok 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 aber wir versuchen unser bestes wir versuchen einfach den kampf zu ignorieren das hört sich aber nicht gut an das hört sich gar nicht gut an na komm ist das ist tricky tricky ich weiß nicht geh einfach weiter das geile wäre wenn wir eben halt die wolfs ein bisschen beeinflussen könnten ja ähm indem wir uns mit denen verbünden weil das sind ja eigentlich unsere also wir gehören ja zu den wolfs äh alle evi aber selbst da sind wir nicht mehr gern gesehen wenn man es schön ausdrücken möchte so bei du fucking ernst was mit ihm als sache wir kämpfen jetzt gegen unsere eigenen Leute ok oh nein Das wird nicht gut ausgehen. Was ist denn mit ihm verkehrt? Okay, warte mal, ich nehme mal über den Weg. Nein! Was zur Hölle? Erschließ mich! Ich bin nicht gekommen! Okay. Wir müssen weg! Sie ist tot! Oh mein Gott, sie ist tot! Les! Komm schon! Das waren deine Scheißleute! Hey, ich bin auf deiner Seite! Hör zu! Wir müssen uns hier herauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten, ja? Okay. 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 Mir nach. Ich bin sprachlos. Also... Wir können ja niemandem mehr vertrauen. Ja, also wir können seiner Gruppe nicht mehr vertrauen, wir können unserer Gruppe nicht mehr vertrauen. Haben wir jetzt eine eigene Gruppierung auf oder was? Also... Ich verstehe nicht. Ich... Das... Das ist doch... Und einfach nur, weil der Mensch... Ja, alles gut. Weil... Weil... Ja... Weil man einfach... Egoistisch ist. Ja. Und... Rache. Ja, Rache ist sowieso... Das Scheiße überhaupt. Was er nicht geben kann. Ja, das ist so, so ein Rachefeldzug zu machen. Er hilft einfach keinem. Sagen wir mal wie es ist. Er ist scheiße. Na? Also... So, jetzt müssen wir hier wieder rauskommen und rauskluckeln. Und haben die Probleme... Mit unseren eigenen Leuten. Was? Hätte ich hier gerade nicht brauchen. Das ist so fucking... Wisst ihr was? Hinter dir! Hinter dir! Ja. Und... Mist! Mörder, ey. Oh! Was ist's? Oh! 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 an der frage der war schlecht war der kurz war der kurz ich muss ganz kurz noch mal wieder sehen möchte jemand sonst noch irgendwelche fragen aber der hat nicht gesessen ja bitte noch mal raus die hat gesessen ich muss ganz kurz mich mal gegen heilen ganz kurz immer noch weiter ja komm alle köpfchen noch mal raus ja jetzt liegst du auch und ich habe keine munition ich habe gerade ganz viel munition verschwendet aber vielleicht haben wir ja jetzt auch wieder ein bisschen munition leider nicht leider gar nicht warte mal doch die die machete die nehmen wir mal mit wer ist erledigt wer möchte noch was da ist noch ein bisschen munition haben wir hier noch irgendwas rumzulegen an munition ja dann nehmen wir da auch noch ein bisschen mit ah die finden die so ein bisschen umrunden die will hier aber lang gehen jetzt roll ja du wirst auch die sieht es denn aus mit der jagdpistole macht ihr gut damage so können wir dann hier noch irgendwie ach so müssen wir jetzt nach oben oh nee ich weiß nicht wo wir hin müssen los auf die lube so ein fuck fuck shit das war nicht gut warte mal kurz warte 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 ich guck mal ganz kurz die Waffe da nicht okay ja hat jemand äh mit Pfeil und Bogen den Rest gegeben taul krieg ich hier auch noch irgendwie was wieder? nee schade was heißt hier da oben wo bist du? wo bist du ich würd gerne auch so Pfeilen legen ne also ich weiß dass elli hatte ja so 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 Traps wo bist du denn wo bist du wo möchtest du uns sagen wo deine Position ist irgendwo warst du doch richtig 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 irgendwo hier sehen oh da hinten kommt wer wo? sag was sieht sie jemand? na los Leute wo sind sie hin? ja doch ja doch welches fläche haben wir oder was äh wo ist er hin? da ist auch noch wer da ist auch noch wer hat sie gefunden da oben scheiße ja du auch noch da ist auch noch wer das war jetzt bis mit geschossen kurz nachladen kurz hier nachladen dann okay irgendwo hatten wir doch noch jemanden wo bist du? wo bist du mein sonnenlicht jetzt wäre mal die große frage das will ich jetzt mal ausprobieren wenn ich die jetzt einfach da so hinschmeiße ist da noch jemand? nope würde ich sagen das war's ne wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen lulululut ich hab kaum noch Munition das gefällt mir gar nicht so lass mich raten wenn wir jetzt hier raus gehen dann guck's gleich richtig Action-Action oder? es ist ja oder? wo? wo kommt die nicht? ich hab kaum Munition wenn wir hier nochmal so eine Munitionskiste finden oder so ja Adiosin hier gibt's noch ein bisschen was oh man da werden wir doch auch gleich wieder irgendwie ein paar Leute finden oder so oder ein paar Leute äh doch man die die keinen Bock auf uns haben oder? das ist schon das ist schon nicht nicht ohne so und jetzt kann ich kann ich jetzt hier hoch? jaaa jetzt können wir hier hoch also da wird auf jeden Fall fleißig noch geschossen aber was wir zumindest schon mal wissen ist wir haben Isaac äh den Anführer von unserer Truppe ja äh getötet also nicht wir sondern äh die Schwester hier von von ihr von ihm es ich weiß nicht also also einfach einfach ich weiß nicht ich weiß nicht so hier geht's einmal durch alter jetzt ernsthaft? was davon übrig ist das das bringt doch niemand was das ist echt traurig das ist echt traurig dann sollten wir da hin ehe alle weg sind oder? ja wir werden auf dieser Insel nicht sterben ich weiß gehen wir runter ok das soll jetzt für heute aber auf jeden Fall erstmal gewesen sein für die heutige Folge ähm krasse Folge find ich persönlich nimmt mich schon ein bisschen mit der ganze Spaß ähm ich hoffe dennoch ihr hattet ein wenig Spaß dabei ähm wobei Spaß naja ne soweit wie man Spaß dabei haben kann ähm lasst ein Like da lasst ein Kommentar und damit ihr keine weiteren Folge verpasst äh gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge weil da hast du was Part 2 bis dahin sag ich erstmal reingehauen und wir sehen uns dann auch im Bedarf im Bedarf aux 3 viele Untertitelung des ZDF, 2020